ähm Mist Mann, wieso können die sich nicht mal entscheiden? Oh mein Gott. Okay, resetten können sie sich nicht. So, das ist wohl am besten. Hat er es versucht? Hey der... Ach stimmt. Okay. Oh oh. Verdammt ey. Verdammt ey. Dominate every enemy in this sector. Jetzt haben wir die erste Fatality in Blutene. Immerhin noch doppelt. Also gegenseitig nur. Oder überhaupt. 4-3 hey. Das ist doch mal cool. Gut, King kann ich jetzt nicht erwischen. Ja. Oh ja, 2 gegen 1. Ah. Mein Gott, der soll endlich mal aufhören zu schreiben. Ich hab ihn gewarnt. Aber er hat ihn erwischt. Sehr schön. Mission failed. We lose. Blöde Sache. Ich hab ihm gesagt, es waren zwei da. Hm. Dominate every enemy in this sector. Eine Idee für diese Langweiler, die hierher gelangen. Komm. Hm. War wohl diesmal keiner. Der da lang ist. Jetzt haben wir die erste Fatality in Red Team. Hm. Ist hier unten einer überhaupt lang? Also aufgemacht haben sie es auf jeden Fall. Komisch. Wo sind sie? Komisch. Naja. Immerhin zwei Treffer. Fürs nächste Mal weiß ich, wo er ist. Wow. Unser bester Spieler wurde grad niedergemäht. Und wir sind 1 zu 4 in der Unterzahl. Hey. Den hat's erwischt. Verdammt. Wenn's den jetzt nicht erwischt. Komm. Thank you. Roger. Oh. 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 Ich hab's ihm geschrieben. Hoffentlich hat's geholfen. Resettet er mich? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Roger. Okay. Oh nein. Der resettet einen. Eine Minute left. Verdammt. Okay. Komm, 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 komm. Einen resetten. Verdammt. Das war... Mission failed. We lose. Hm. Dominate every enemy in this sector. Hm. Ist der sicherste Weg hier runter? Eigentlich. Okay. Hm. Ein bisschen erwischt hab ich ihn schon. Verdammt. Danke. Roger. Hoffentlich hilft ihm das weiter, wenn ich denen schreibe, dass hier drei sind. Hm. Einen hat's erwischt, aber auch ohnehin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hau ihn dir. Au. Verdammt. Das tat weh. Eieieiei. Eieiei. 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 Er hat einen mitgenommen. Hm. Jetzt sind's zwei, die hier oben rumrennen. Aber auch zwei, die da hinten rumrennen. Komm. Resettet den anderen. Resettet den anderen. Resettet den. Verdammt. Komm, komm, komm. Können die nicht... Ach nee, der ist... Der liegt, glaub ich, da oben. Und der Krieger... Nein, das wird zu viel. Das wird zu viel. Verdammt. Fall zurück. Hm. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Eine Minute left. Resettet den. Resettet den. Ja, 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 ja. Weg da, weg da, weg da, weg da. Hm. Verdammt. Hm. Hm. Das waren vier gegen einen. Das ist doch echt mies. Okay. Okay. Wo könnte ich jetzt lang, um die... zu treffen. Zu treffen. Wien. Wien. Oh. Hm. Jetzt bekommen wir die erste Fatality in Blue Team. Die werden wieder da unten aufpassen, wie Schießhunde, die blöden Dödel. Mal sehen, was hier unten läuft. Vielleicht kann ich den ja resetten. Wien. Wie auf jeden Fall mal... Gute Sache. Wo kamen diese Granate her? Da hat einer nachgeladen. Was echt uncool ist. So bringe ich mich selbst kaum in Gefahr. Hätte ja nicht ein bisschen weiter hinten sterben können, verflucht. Roger. Ah, verdammt. Ich hätt' unbedingt ne Granate nehmen sollen. Ach nee, jetzt hat sie ihn schon hinten erwischt. Nee. Nee. Um. All one. Jetzt bekommen wir die erste Fatality in Red Team. Hm. Der da drüben macht seine Arbeit gut. Ähm.